Und genau in dem Moment ist das Spiel wieder aus und wir müssen die nächste Karte laden. Ich fliege. Am Anfang ist es vielleicht noch nicht so schlimm. Bitte wohl noch eine Animation. Oh nee. Oh nee. Zu früh abgeworfen. Du bist schon einmal gestorben. Okay, fucking Flacke. Ah, jetzt bin ich aufgeworfen. Ja, klar. Komm, kannst du bei mir spawnen? Dann warte ich kurz auf dich und dann... Oh fuck. Nehmen wir eh einen. Jetzt kann ich nie mehr spawnen. LOL, LOL, wo? Fuck it. Ich bin tot. Ach, der war direkt neben mir. Genau in dem Moment, wo ich Enter drückte. Ach, jetzt war der rechts neben mir. Ne, die Flacke hat mich sofort wieder runtergeholt. Hey, nochmal hier ist... Probier was mal. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kind verfügbar. Gehen jahre nachladen. Geh nichts, wo muss ich hin? Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Geh mal hin. Wo ist denn du eigentlich? Ich bin grad mit diesem Geschütz zu tun. Geh mal ein bisschen mein Krippen. Ich rieche mich raus. Ich schieße mit dem fetten Geschütz. Fein getroffen. Sechs Schaden. Ich habe... Ach komm, fick dich. Hallo. Siehst du mich? Siehst du mich? Hallo. 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 Wow, Alter. Was war das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich will sie ehrlich sagen, was er gar nicht wissen. Oh, schau mal Jugo-mäßig einfach mal irgendwo. Ah, da oben ist einer. Probier D einzunehmen. Oh, der wurde flogischer. Oh, Alter. Jetzt kommt das Geschütz nicht weit genug nach oben. Ich krieg das kotzt dann. Oh Gott. Oh, jetzt ist der Phil schon weg. Ich habe einmal den Liedgeklang und werde gemessert von hinten. Mitten auf dem Schlachtfeld. Gemessert von hinten. Ja, das passiert mir auch immer. Und wenn ich das probiere, steche ich die mal an. Drei Leben vor Ort. Und dann kenne ich, kenne ich, kenne ich. Gibt es doch nicht, dass die mich immer messern können. Immer. Komm, sie von hinten jedes Mal. Was, der kann mich da rausbomben? Ernsthaft. Ach, das ganze Ding ist kaputt. Ach so. Ja. Bin ich einmal in diesem Geschützenwert von einem fucking Flugzeug herausgenommen? Ich krieg's kotzen, ey. Ach, Gott. Jetzt müsste ich eigentlich 20 Kills, nee 10 Kills mit Pistolen machen. Vielleicht schaffst du das. Oh, da kommt ein Panzer. Das ist jetzt nicht der Ernst. Wir verlieren viel. Gut, ich würde mich verlinisieren. Ach, du bist doch Assault, oder? Ja. Mach den Panzer fertig. Dann markiert. Ich bin tot. Ja, ich wollte dich rechnen. Ich habe ihm 76 Schaden gemacht. Warum kommen da wieder zwei Gegner gleichzeitig rausgesprungen? Das ist... Ja. Kein Kommen. Wenn Leute mit einem Selbstlader auf dem Schießen, bin ich meistens nach ein oder zwei Schüssen tot. Wenn ich ich auf ihr schieße, muss ich mindestens fünf Selbstlader-Schüsse treffen, damit die verrecken. Du konntest einfach nicht, ja. Ja, ich kann es. Ja, ich weiß nicht. Oh, fuck it. Kommt schon irgendwo eine fucking Granate her? Hä? Komm, wo kam die denn jetzt bitte her? Boah, endlich. Nein, 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 komm schon. Nicht nachladen. Nicht jetzt, nicht, nicht jetzt nachladen. Ich tue mir im falschen Moment nachladen. Ich habe irgendwie so ein Gespiel dafür. Burn, burn, burn. On the fire. Ach, du Scheiße, das sind da oben viele. Ich versuche mal E-Pfile. Lol, lol, wo, was? Ja, voll. Ich bin schön. Boah, ich glaube, ich habe gerade einen, der bei Gear war, habe ich ihn gekillt. Ja, ich habe auch gerade zwei gekillt. Oh, nee, ich höre irgendwie einen Panzer. Ja. Komm, du bist doch erst so. Ja. Nur sind hier überall noch... Hey, es ist ein Mann. Ich versuche mal E-Pfile. Fahrzeug zur Stadt. Ich habe keine Muni mehr. Ah, da ist ein Muni-Pf. Oh, shit, 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 shit. Ja. Ah, Mist, das war nur ein Headshot. Jawoll. Schön. Hallo. Nein. Nein. Oh, fuck. Fuck. Oh. Alter, was ist das? Ich würde jetzt auf den Scheiß aushocken und sagen, oh, oh. Oh, shit. Ich habe nur schießen. Nein, ich habe nur zweimal nicht ausgehalten, den zu töten. Zweimal. Ich glaube, er steht vor mir. Ich denke, nee, den schieße ich jetzt nicht, ne? Den wollte ich jetzt mit einem Bayonettangriff töten. Dann mache ich den Bayonettangriff. Werd von einem Sniper erschossen. Währenddessen, ne? Werd ein Bayonett. Dann werde ich wieder belegt. Schau auf ihn. Wollt schießen. Und es hat nicht funktioniert. Du die Waffe wechseln und werd ihn wieder vom selben Sniper erschossen. Oh, Gott. Ich habe dir einen fucking Headshot reingedrückt. Oh, hier sind echt viele Flugzeuge unterwegs irgendwie. Alter, ich mache die ganze Zeit Headshots. Sterben aber nicht die Gegner. Äh nicht. Loll, mein Gott. Mein Gott, hättest du das gesehen jetzt. Ich habe zwei Gegner von mir gehabt. Und mit der letzten Kugel habe ich dem hinteren Typen einen Headshot reingehauen. Oh, haltest du. Ich bin schon ganz nervös. Ja, Munizung. Musi Munizung. Ach, ich bin schon ran voll. Man, das Nachladen geht echt schnell mit dem. Okay, hier. Du. Banaten. Ach, halt. Jetzt mach halt. Du wirst gerade sagen, es läuft verdammt gut eigentlich bei mir gerade. Ich habe gerade ungefähr 24, 15 Leute reanimiert. An einer Stelle. Ja, klar. Ja, klar. Wirklich. So manche Leute, die können richtig gut Granaten werfen. Ja, ich weiß schon. Das ist richtig häftig. Keine Lösung. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Oh Gott, da kommt ein Bomber. Ich glaube, ich bekomme die Simis, wenn der kippt. Ich bin weg. Bomber, komm. Wow. Jawohl. Wachsoldat Kit. D, ich werde dich jetzt mit meinem Leben verteidigen. Du bist doch Sunny. Jawohl, das ist dann richtig stark. Das ist richtig schlaggekommen wieder. Ja, außer wenn ich vor dir da. Ja, erst außer wenn ich vor dir sterbe. Ja, das ist natürlich schlecht. Da musst du so lange überleben, bis ich wieder bei dir spawnen kann. Hm. Alter, das ist jetzt so krass, wenn man von da raus. Ja, da siegst du nichts. Gar nichts. Ich muss sagen, das ist richtig geil gemacht eigentlich. Aber es nervt vielleicht. Ich fange da direkt der Gegner vor mir. Ja, fick dich. Fick dich einfach. Wo bist du? Ich geh runter. Ich hab grad relativ viel Schaden gefressen von dem Typen. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Hä, eigentlich könnte ich mich an diese Tür... Ja, das mach ich jetzt. Einfach mich an diese Tür reinhocken und warten. Ich muss sagen, wenn du Sturmsoldat Level 10 hast, musst du unbedingt mal die Hellregel ausprobieren. Die ist richtig stark. Mit der komme ich richtig zurecht. Ich glaube, das ist meine neue Lüben. Hä? Ich hab mich grad ein bisschen dämlich angestellt beim Typenkill. Hauptsache, dass es mein Killt. Bleib mal neben. Ganz lustig. Ach nee, die nehmen A und B ein. Ich glaube, wir müssen dann langsam wieder zurückgehen. Bei mir läuft es gar nicht mal so scheiße. Ja, bei mir läuft es auch ganz gut. Genau in dem Moment, wo ich sag, bei mir läuft es gar nicht mal so schade. Aber im Weltraum ist nein. Ist es unser Panzer, der da rumfährt? Ich hoffe, man kann so gut. Oh shit. Oh, ich stehe drei Meter von mir aus ins Handy weg. Nee, das ist ein Pilot. Gut kann reagieren hier. Ist immer interessant. Ach nee, der hat... Ach nee, der hat... Ach nein, der Pilot hat meine Klasse aufgenommen. Jetzt bin ich der Pilot. Oh Gott, ich brauche unbedingt eine andere Klasse. Bin ich mein? Bei mir wirst du immer noch Medic. Ja, kann ich ja nicht die Klasse aufwählen. Falten kann ich nicht die Klasse aufwählen, oder? Doch. Ist ja eigentlich... Du bist Gruppenführer. Ja, ich hab schon markiert die. Alter, wir haben zwei fette Typen hier unten. Du und der andere. Doch, da ist eine Klasse. Die lehme ich gleich mal. Was auch immer das ist. Das ist, ähm... Komm, komm mal her. Siehst du auch den Kopf, der so rumwackelt? Ich hab jetzt noch 174 Schuss, aber irgendwie mag ich nachladen jetzt. Ich könnt Gegner spotten oder dieses... Ich spot mal hier Gegner. Ja, da kommen Gegner. Sixes, ich hab sie gespottet. Alter, du siehst einfach nichts da, ne? Soll ich jetzt mit meiner Elite-Klasse vorgehen? Könnte jetzt gerne hier sein. Oh, da ist ein direkter Panzer über uns. Ein kleiner. Wir verlieren Einsatzziele da. Voll die Probleme, ey. Mist. Ja, ich bin drin. Sehr schön. Oh, shit. Ja, 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 komm schon. Direkt, direkt. Ey, kannst du schon das Sunny-Ding haben? Ich bin nicht Sunny. Ich bin immer noch ein Scharfschütze. Was hat denn er da fallen lassen? Ah, da ist das Ding. Sanitäter, warte, der hat doch Sanitäter fallen lassen. Oh. Tim, Sunny. Tim, Sunny. Hi. Hi. Hier. Jo, das bin ich schon geöffnet. Oh, ich hab meine Klasse hier. Ha. Das ist cool. Oh, Gott. Da sind so viele Granaten. Ja, wie viele Leute. Da kommt welche. Da kommt welche. Da kommt welche. Kannst du mit der... Ah, geil. Ja, ich halte. Ach, ich hab ja keine Brandgranaten. Oh, Granate verschmissen. Markier mal D. Markier mal D zum Einnehmen. Schnell. So lange hinter uns keiner durchkommt, passt ja alles jetzt. Wir haben Einsatzziel. Cäsar verloren. Scheiß Gas, Granaten. Das passt jetzt gar nicht. Ja, tut er noch Gas. Na, jetzt hab ich noch mal Zeit zum Nachladen. Granate! Wow. Von hinten kommen sie jetzt auch noch. Oh, jetzt hab ich meine Granate gegen unseren Mitspieler gebrochen. Sehr gut. Ein feindliches Luftschiff ist unterwegs. Ja, weil du da einfach geschützt bist und so in den ganzen Katzfliegern und so. Ja. Die gehen dann nicht so auf die Nerven. Keine Panzer, keine... Da kommt ein Fetter, da kommt ein Fetter. Oh, scheiße, da kommt ein Fetter. Du musst dich, du musst verteidigen. Der wird mich auch nicht reanimiert, dann kann ich dir überlegen. Ja, ich wurde reanimiert, das ist schon mal gut. Power ab gleich. Oh, fuck. Oh, voll in die Granate geworfen. Scheiße, ich glaube. Ich bin mir nicht. Ist das ein Flammenwerfer-Typ-E? Nee, ich glaube nicht. Ein Flammenwerfer- Oh, ein Typ-Typ-E! Oh, nein! Ah! Scheiße, Brandgranate. Ich konnte ihn eigentlich reanimieren, ich bin bei einer draufgegangen. Ciao, Vertigo! Ich gehe da jetzt mal raus und räume vielleicht. Ab, einen. Alles blendet so extrem. Boah. Das tut richtig in den Augen weh. Ja. Er schießt teilweise nur auf Glück, falls jemand genau in dem Moment in meine Stoßbahn rennt. Oh, wie ich jetzt. Du kannst den mal als Verteidigen markieren, weil wir eh schon die ganze Zeit hier sind. Ja, ich habe jetzt schon ein Sema gehört, in dem du dran bist. Ja, jetzt wollte ich gerade eine Granate werfen, als er die Tür zumacht. Das ist so ungenau, das Scheiß-Zahn. Mega, ne? Hinter uns kommt keiner, oder? Da bist du. Na, momentan nicht. Das sind aber auch zwei von uns, also ist relativ safe. Aber ich bräuchte einen Muni jetzt mittlerweile hier. Puscht. Puscht. Augen gehst du runter, ne? Kommt eine Granate reingelegt. Ja. Hüll. Hast du gemacht? Danke. Ich habe einen Assist bekommen. Ich kriege es mir einfach mal fertig. Ja, der hat einen Muni reingelegt. Das ist guter, der hat einen Muni auffacht. Granate, komm. Granate. Granate. Ich habe hier keine Ahnung. Oh, wieso ist das so hell? Ich kann da gar nicht länger hinschauen. Das ist so grell. Äh, feindlicher Panzer. Ähm, ja, dann gehst du runter, oder wie? Ich wollte ihn irgendwie markieren, aber irgendwie. Atelierwagen beschädigt, sieben. Ne. Super. Es kommt aber hoffentlich jetzt keiner. Du bist auf der Seite. Ja, doch. Wenn jemand kommt, dann sagst du es. Halt ihn mal. Mit meinem schweren MG kann ich ja leider keinen Schaden machen gegen diesen Atelierwagen. Feind getroffen. Neun. Granate. Da kommt einer, also hüpfen wir. Da kommt einer. Ah, nee, der ist tot. Okay, alles gut. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Ich habe gerade drei Gegner gekillt. Hier, ich halte dich. Oh fuck, Alter. Da sind gerade drei Gegner reingekommen. Ich habe die alle weggeschnetzelt. Oh, das ist geil. Das ist schön, du meinst. Und ich habe nur die Hälfte des Lebens verloren. Ja, bei so einem ganz engen Gang, da ist die Elite-Klasse richtig stark. Ja, klar. Wenn sie von vorne kommen, die Gegner. Da kannst du einfach wegschnitzeln, aber sonst. Ja, nee. So im offenen Felder wäre ich, du wirst ja immer von hinten. Meistens mit Nahkampfung sozusagen. Ja, wenn man mit Verbündeten rumläuft, ist das richtig stark. Mit Munition und Heilung ist eine Elite-Klasse richtig stark. Aber allein. Aber das ist auch irgendwo lang, weil ich würde die ganze Zeit mit einer Elite-Klasse irgendwo in so einem Gang gammelst und war das bis jemand Kind. Ja, aber wenn wir halt direkt bei D sind, da ist halt relativ viel Action, dann ist das ganz lustig. So, die nächsten dürfen kommen. Na, werfe erstmal eine Granate runter, muss ich hoffe, man muss hierher zu gehen. Wir sind jetzt alleine hier, das ist dir schon bewusst. Oh, okay, das ist mir nicht bewusst. Ja, obwohl hier auf der anderen Seite jetzt auch noch ein Elite-Solte hat und der geht immer raus und rein. Ja, solange du halt jetzt einfach die andere Seite im Auge hast, dann können wir eigentlich nicht von hinten weggeholt werden. Das ist schon mal sehr gut. Einer von uns in diesem fetten Turm, das ist auch ganz gut. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Das Tolle ist halt, wir sind gerade am Gewinn. Dann können wir einfach bei D bis rumgammeln, aber irgendwie... Das ist krass, bis du bekämpft, A, B, und C. Alter. Okay, das war jetzt ganz gut, weil... Aber ist das auch gerade nur ein Feind da, oder? Äh, ja, da ist direkt... Markiert! Wow! Der, da ist der Panzer. Juhu, das klingt gut, wenn ich dich heile. So. Da ist noch zwei weitere Gegner tot. Wow! Feind, 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 Feind von der anderen Seite. Ist halt okay. Ah, da war der andere Elite-Solte, Gottseidank. Noch ein Feind! Oh, der ist wieder down. Die kommen langsam hier rein. Die wollen mal reinkommen hier. Oh, jetzt wird's, glaube ich, schützisch wieder. Wie, Morphe ist weg. Oh, hier geht's wieder ab bei mir. Granaten ohne Ende wieder. Alter, was ist das für ein Geräusch? Behemoth fällt runter auf uns. Nein! Es hat mich erwischt! Im Kampf gefallen, mich auch. Ja. Klar. Weil wir im Bunker sind und wir werden im Bunker erschlagen. Das ist wieder so ein Battlefield-Bug, was mich richtig ankotzt. Oh, das ist doch kacke. Nein! Oder... Wir waren gerade zu... Spawnen wir bei A? Ja, im Kampf gefallen. Im Kampf gefallen. Ja, spawnen wir halt wieder bei D, oder? Dort, wo wir waren. Oder Flieger war frei. Ne, ich spawn bei D. Ne, jetzt brauchen wir nicht mehr Flieger. Ach, komm ey, das... Ach, Soldat! Das ist ja. Das ist ein bisschen schade. Das ist mir aber schon öfters passiert. Ich war unten im Bunker und dann zack. Ja, klar, Alter! Oh, shit! Kannst du mich kurz heilen? Wow. Halten, das wär ganz gut. Ah, du hast nur das kleine Ding da, okay. Ja. Ja, ne, das ist aber ganz gut frei. Davon hab ich ja zwei und da heilst du dich aber schneller. Ah. Einige schneller. Wir haben Einsatzziel Werther Erwartung. Dann schon der Grenade aufgenommen! Jawohl! 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 Das ist ja ungefähr heißlich. Ach man, ist es grad so gut gelaufen und dann... ...muss der scheiß Behemoth runterfallen. Genau, genau. Aber dass es immer auf mich drauf fallen muss. Immer wenn ich bei D oder bei B im Bunker bin, dann muss es genau da runterfallen. Das ist ja nie passiert. Ich hab immer so viel Glück. Ich hab immer so viel Glück. Ja, das wundert mich ehrlich. Ich hab immer ein bisschen raus. Mhm. Gar nichts, aber... Hier ist grad gar nichts los. Ja, irgendwie die Gegner lassen grad wieder ziemlich nach. Kaum ist das Behemoth weg. Ja, kracken wir uns das wieder. Ah, endlich bin ich mal mit einem guten Team. Schön. Ja, schon eigentlich, ne. Ich glaub ich setz mich mal in die Flak. Ich hab voll Bock drauf. Oh, bei D ist ein Gegner. Boah! Ich glaub der Tür immer kann sowas legen. Ich weiß nicht. Ach komm. Ich will da kein Flieger auch. Fliegen. Flieger. Aber wir haben eins, zwei, drei, vier Flugzeuge haben wir. So was. Krass. Wir haben vier Flugzeuge. Auch noch nie erlebt. Oh, unlogisch. Ich schieß mit dem Flak auf Infanterie, weißt du? Der Gegner ist gar nicht so stark gegen, ne. Voll schwach. Das ist unlogisch. Eigentlich. Na. Voll das fette Ding, was Flugzeuge runterholt, schießt sich genau auf den Typen des Jukri. Der hat zwei Granaten geworfen, der Typ, ernsthaft? Ja, ne. Ich glaub da waren zwei Leute. Haben wir beide genau nebeneinander genau die gleiche Move gemacht. Haben wir sie gelaufen, dann gesprungen und exakt gleich dahin gekommen. Wie weit geflogen ist die Granate? Die erste Granate habe ich überlebt. Die zweite. Ich hab da eigentlich noch Medic geworfen. Mit Medic unterm Laufen, aber nichts mehr gebracht. Na klar, jetzt nehm ich noch die ein. Ja, scheiße jetzt. Kurz vorm Schluss muss ich noch zweimal sterben. Das musste ja jetzt auch sein, ne. Klasse. Guck mal, wie viele bei dir sind. Jetzt hätten wir die Elite-Klasse gebracht. Ja. Irgendwie. Oh. Wow. Wow. Ich will nicht noch mal sterben. Boah, boah. Ja, ich wär jetzt fast nochmal verreckt, weil ein Sniper auf mich geschossen hat. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin ja direkt bei dir gespawren. Das war jetzt ne richtig coole Runde, irgendwie. Ja, die Runde war nicht schlecht. Ich hab ne richtig geile E-Karte. Wär jetzt nicht zweimal verreckt. Dann wäre das ganz cool. Einmal kannst du ja theoretisch abziehen, weil das mit dem Ding ja nicht richtig geht, ja. Ja. Okay. So, schauen wir mal, ob wir ein Battle-Pack bekommen. Nein, natürlich nicht. 22 zu 5, jawohl. 5, jawohl. 2, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9, 10, 11. 5, 6, 8, 9, 10. 6.